äh da leise ok 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 let's go schön mal wieder hier zu warten schön 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 das haben wir die Blasche auch geschafft. Möchtest du vorher ein bisschen Wasser? ne ich hab Cola hier da ist Cola hier ok ich kann ja auch den Whisky noch dazu nehmen du kannst ja auch mal kräftig entsorgen heute die mögen doch alle Cola und Whisky auch ja klar herzlich willkommen hier mal wieder zu diesem Scream wir warten natürlich noch ein bisschen bis ein paar mehr Zuschauer hier sind und dann werden wir anfangen hier ein wenig über Arminia zu reden und über das was ihr so reden wollt Martin, sehe ich von hier schlägt Wende Wende? ich glaube Wende ne? ja ist auf jeden Fall dabei Servus meine Lieber der Erste der heute dabei ist dass bei Küchen Leute in Kiel sind wir auf jeden Fall nicht wir sind in Kiel, sind wir das nicht? natürlich sind wir in Kiel das Stadion ist gleich im Hintergrund wir sind treu, wir fahren zu jedem Auswärtsspiel wir haben ja die VIP Lounge wir haben ja die VIP Lounge im Hulstein Stadion natürlich gemietet sieht zwar ähnlich aus wie mein Zimmer ganz klar, aber die haben das extra für uns hergerichtet also schon eine ganz große Ehrenaktion auf jeden Fall von Hulstein Kiel die geht raus meinst du wir gewinnen das heute gegen Kiel? ich meine auf jeden Fall ich habe 2-1 getippt und bin da sehr optimistisch und gehe endlich mal wieder mit einem richtig guten Gefühl in so ein Auswärtsspiel rein was ich echt schon lange nicht mehr hatte aber ich bin echt, echt guter Dinge dass wir das Spiel heute gewinnen du bist optimistisch? das bin ich? optimistisch? optimistisch auf jeden Fall bin ich das wer heute nicht optimistisch ist dem kann man aber auch wirklich nicht helfen super Susanne Czerny ist dabei Hallöchen aber natürlich darum nehmen wir das auf jeden Fall schon mal vorweg Czerny wer? oder was? Hallo Hallo Ich kann euch auch nichts mehr hinlösen ich habe gar nichts gemacht äh das war die Kiste ja nicht nur noch mal schon ne doch doch 20 Treppen hier? nein was kriege ich wenn ich von hier treppe? 10 Küste 10 Küste und Stream und Stream oder äh Out Stream ok ok ach man jetzt kriege ich nur 20 nein es gibt uns gar keinen mehr aber es war knapp im Laden ist auch da äh Tachchen 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 wie geht's wie steht's Familie Schwiegermutter Katze ach so viele Fragen auf einmal also erstmal Tachchen lieber im Laden schön dass du wieder dabei bist äh ich denke mal äh ja mir geht's gut Schwiegermutter äh ne Familie ja ich denke mal ähm laut äh laut meiner Familie ist denke ich mal alles in Ordnung wir haben gestern schön beiden Griechen zusammen zu viert gegessen mit meiner Mutter meine Oma und wir beiden meine Auslei-Oma genau ähm wie geht's dann nach Emilie sag mal meiner Schwester geht's gut sehr gut freut mich ja genau ja Schwiegermutter schwiegermutter ja ja Mensch also eigentlich hab ich ja die Frage ähm schon vorweg genommen aber ich denke mal ihr geht's super sie hat sich ein neues Auto gekauft und alles da drin in pink geschmückt grüße gehen raus ganz ganz schlimm und den Katzen ja der einen geht sehr gut die andere hat seit gestern Abend eine dicke Pfote seit gestern Abend schon ja ich hab's ja gesagt mir ist seit gestern schon aufgefallen aber ich hab mir nichts weiter dabei gedacht wieso hast du mir das recht gesagt? weil ich mir nichts weiter dabei gedacht hab ich bin die Mutter du hast ja letztens auch einen dicken Schwanz haben wir aber auch nicht bei gedacht das war auch bushy haha ja vielleicht hätte er auch eine buschige Foto gehabt naja ja da müssen wir mal gucken bisschen Schmerzmittel geben und wenn's nicht besser geht jetzt war da leiderst du Tierarzt ich muss mal was kurz holen gehen mach das ich leh schon mal weiter äh ach ich kann von mir auch schlecht sehen er Madeleine DSC Hallöchen mein Tipp ist 1 zu 2 auswärtig das ist auch mein Tipp äh Matthias ist natürlich auch wieder da ach wie ich diesen schönen Anblick vermisst habe oh ja vielleicht mal in Hamburg oh dann möchte ich Eremot zugucken Eremot möchtest du gucken ok also Eremot ja hier ist er auch da ja das stimmt gleiche Berichtung ja ich mach mal öffnen die an genau dann kann oder ich lebe gerade die nächste ja Felix Mensch ach Felix den hätten wir schon fast vergessen wir waren aber lange nicht dabei moin ihr lieben na äh kennt ihr mich noch ja ja so gerade eben äh dein Eremot ist endlich mal wieder äh in einem Spiel dabei das wurde aber auch was weit so dann Jenny schreibt schön dass ihr wieder eine Livestream macht wie geht's euch? ja ich denke mal die Frage haben wir eben schon adäquat beantwortet und ähm geht's eigentlich ganz hervorragend damit ein Sieg würde hast die ganzen Sachen natürlich hervorragend haha nochmal abrunden und ja wir sind auf jeden Fall sehr gespannt aber ja mit äh im Moment geht uns denke ich mal ganz gut ja so Hermann Czeruska schreibt schönen Sonntag in die Runde auf geht's kämpfend und siegen so sieht's aus wir wünschen dir natürlich auch einen wunderschönen Sonntag hier über einem herrlichen Auswärtsspiel und einem hoffentlich ehrlichen Auswärtssieger ich hab's schon wieder ein Loch in Leverrose das sieht aber noch ein Franzloch aus das ist mir dann da mal gut aufgefallen das ist auch ein Franzloch ja das sieht so gut aus und das ist nicht Jako das ist Irima deswegen wusste ich auch es nicht welche Ose du meintest ja ja schön kappen alter ok 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 Felix schreibt ich war jetzt lange nicht dabei weil ich selber auf den ganzen Spielen war geradeaus für Spiele hab ich viel gemacht die letzte Zeit hab dich auch in BS gesehen so und da hast du uns nicht angesprochen Mensch er hat dich ja nur gesehen also er hat dich nicht angesprochen ja ich werde auch eine Runde schnacken können mein Lieber haben wir doch schon mal gemacht mein Ehrenmott Ralf Andersen schreibt auf geht's Arminia gutes Spiel auf geht's Arminia kämpfen und siegen klack 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 im Laden schreibt bei der Arminia gibt es nur gute Nachrichten Sportdirektor weg Trainer weg nach aller Trennung kam in den letzten zwei Spielen vier Punkte ja ja mit 1.5.6 aber naja darf Nürnberg spielen ach darf Nürnberg spielen aaaaah naja wollen wir nicht weiter darüber eingehen woraus? was? Nürnberg? gegen die haben wir noch gar nicht gespielt oder nicht? ach ok ne 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 ok also ich glaub letzten Spieltag haben wir eben nicht ausgepasst da war gar nichts Nennenspielpause naja zwei Wochen Nennenspielpause ja ok Felix Franz habt ihr abgenommen ja ich hab mir einfach nur einen größeren Pullover angezogen nein du hast abgenommen nein gar nicht doch vielleicht schon mhm mal mal er hat abgenommen ich hab im Gehirn abgenommen du hast überall abgenommen ja mhm wirklich ja und er schreibt ja ich hab mir gedacht nach dem Spielstand wollte ich dich nicht nerven boah er war so geladen ok wenn es nach dem Spiel war dann dann gut ey ich bin ja selten genervt aber in Braunschweig war ich absolut genervt das ging gar nicht boah ne da haben wir äh haben wir noch eine Freundin gesehen eigentlich eine Bekannte ja Bekannte die jetzt nicht mehr so um die Ecke wohnt die hat mich dazu getextet ach Mensch ich mach wieder zu sehen und ich dachte mir nur halt die Schnauze wie kannst du so gute Laune haben ey ja sind die bald so was sie ist kein wildes Blut ich glaub die ich hab mir schon vor ein paar Tagen gedacht sie war bestimmt irgendwie in ner Braunschweigeck weil sie so gut gelangt war ja das kann gut sein weil sie wohnt ja jetzt in der Nähe ja und dachte sich so gut ist in der Nähe geh ich mal rein ja im Land schreibt ist es bei euch so kühl mhm hier grad nicht draußen ja ich find's heute eigentlich ziemlich kalt ja unwinnig ja jetzt nicht so wie vor 2000 oder wann das war aber ne da war es wirklich ruhig ok ich schreib mal ein bisschen lauter wie Niki lauter ach 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 was ist das? an die flieg was ist das? ach 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 zeig unsere Arminia 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 wie schön sind deine Tore Arminia 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 ui Büro oh nur eine Pocke jetzt mal Gas da ich bin wieder Piro ne also das finde ich irgendwie in letzter Zeit ein bisschen schade an der LFC also ich find ja Pyrotechnik mega geil aber die zünden irgendwie sehr viel und machen im Vergleich halt keine Choreo wie das kleine Ding da gegen Nürnberg war zwar schön aber aber ich finde die könnten auch mal wieder investieren für eine ordentliche Choreo also boah da haben wir jetzt seit Corona noch glaub ich wenn nicht alles täuscht noch gar nicht gemacht also das ist schon ein bisschen mau ist das die Nummer gegen Nürnberg gemacht? Nein nein ich hab nur Deswegen ist man da kein Risiko eingegangen, er wollte unbedingt bei seiner Familie sein, kann man komplett verstehen, dann da wird Nachwuchs erwartet, deswegen das mit dem Spruch knapp zu blöd. Und Andrade ist nicht dabei, der war mit der Flamenschaften unterwegs von Panama, der ist aber mit Horror, der ist gleich zurückgekommen, deswegen auch nicht, dass er das mit dem Jekyll dabei ist, der ist für die Bauer. Hat er gesagt, wer ist nicht dabei, weil Frau geht eigentlich? Einfach nicht, aber ich glaube schon, dass das Hüsing ist, weil der ist halt auch gleich so. Wollen wir noch eine Frage machen? Oder einen Kommentar? Ja, wollte ich gerade. Mariam schreibt, ob geht es am Jekyll von Siegen? So sieht es aus, das müssen wir weiter. Nadem schreibt, wie vergehen die Vorbereitungen für Ostern? Wir machen keine Vorbereitungen, wir sind überall schon essen, ich gebe mir auch immer nur ein bisschen Geld dazu, weil wir nicht alles sagen wollen. Ja, und ich wollte eigentlich ein bisschen Osterdeko hier hinstellen, ich weiß aber nicht, wo die Kiste mit der Osterdekoration ist. Bruh. Zum Basteln bin ich zu faul. Bruh. Und deswegen stehe ich hier überall noch bei der Osterdeko. Ah, ich wollte eigentlich ein X-Mess-Dengen heute mit dem Keller nehmen, habe ich dann vergessen. Ja. Mr. Bisser schreibt, hallo und ich schaue das Spiel auch live, aber will auch eure Reaktionen sehen. Das ist eine sehr, sehr geil, gute Einstellung. Vielen, vielen Dank, dass du hier auch unseren schönen Support hast. Freut mich, freut uns. Danke. Er schrieb, Angelo, hast du eine Bewerbung abgegeben bei der Linie? Ein kostenlender Chefetange ist frei. Ich regle das, gar kein Problem, kriegen wir hin. Also bevor ich es gleich zu spät mache oder wieder mal vergesse, oder? Ja. Wie mache ich das jetzt schon? Die Mannschafts-Wenn kommen auf den Platz. Bielefeld, 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 Bielefeld. Ich bin endlich mal wieder gehypt auf einem anderen Nersch, das werde ich schon annehmen. Okay, gegen Nürnberg auch ein bisschen, aber... Da liegt es. Irgendwie, irgendwie, irgendwie heute. Ja, dann war ich ja so weit. Mr. Bisser fragt, was ist euer Tipp? 2-1-2-Amini. Das gleiche. So, heute haben alle E-2-1-2-Amini getippt. Wahrscheinlich werden wir später wieder komplett enttäuscht und es steht 3-0 für Kiel. Aber naja, dies wohl so. Hier, Friede, mit der Problem. Der ist ja noch mal ein... Der eine ist riesig. Fußballspieler hat, ne? Ja, aber hast du da Kompensprobleme neben dem anderen? Ja, jetzt kommt der gerade noch mal. Ein, zwei, zwei, drei, da. Der ging ja hinten voll lang. Nee. Nee, nee, da kann ich gleich mal reingucken. Baku Nürnberg. Aha! Mahlzeit, die Dame und der Hartgelb Stricher. Hartgelb Stricher, was ist das denn hier? Du feines Eichhörnchen. Der fängt ja schon wieder an zu dissen hier. Sag mal, ich glaub so langsam müssen wir dir mal sperren hier, oder? Ich glaub, der weiß gar nicht, worauf er sich erhören lässt. Wahlzeit ja her. Mit dem Akzent, den ich nur, nur ich verstehe. Und er nicht? Tch. Da mach ich mir auch gar nichts draus. Also, mit einem komischen Akzent zu verstehen, da gehört schon eine eigene Wissenschaft zu. Du hast es verstanden, was mein Cousin geredet hat. Ja, aber dein Cousin ist aber auch nicht so ganz extrem. Ja, da hat er sich aber auch ein bisschen zurückgehalten. Ja, der weiß, was ich gehört, wenn er in Hochdeutschland ist. Wer war das nochmal, wenn du guckst, wenn ich da rausgeholt? Rewe. Ja, da libe ich jetzt nicht so aus. Nee, ja, aber ich sagte, weil da war noch ein dunklerer Rahmen. Der dunklerer war da, und da haben sie gesagt, ja, das war der, aber der hatte Lederhaut. Achso, nein, der mit dem dunklen Haar, mein ich. Hm. Da kommen die bestimmte Nummer ins Bild. Laden hat geschrieben, ich tippe 3 zu 2 für Arminia heißt 6 zu 0. Äh, nee, 3 mal 2 für die Arminia heißt 6 zu 0. Okay. Und Marco schrieb, nichts, da sperren du Eichelchen. Mhm, mhm, aber wir mal schauen. Ich höre dir das so aus. Ich höre dir das so aus. Ja. Ja. In Kiel. In Kiel. In Kiel. Und wir sind auf keiner Modenschau. Na ja, wie denn? Habt ihr eine Höhle, wo wir auch von jetzt sind? Oh, Fräse. Oh, Fräse. Ja, aber das war zwei Sekunden. Nee. Das war Fräse. Ja, das hat aber jetzt seit einem Monat oder so, oder anderthalb. Ich muss dich in Google halt abnehmen, Bilder. Ja, guck mal bei Google ein. Ne? Fabian Rewe, Fräse, 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 Fräse. Ja? Ja? Nein? Wenn ich Fabian angebe, kommt das erste Fabian Schloß. Jawoll, Ehrenmube. Wo? 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 Ja? 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 Weiter. Ja? Schön, komm. Aber sie bleiben am Ball. Ah, erste gute Ernährung. Hack überaus mit der Flanke. Aber da kommt dann leider keiner ran. Oh, jetzt ist er so ein Konter für Kiel. Nein, 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 nein. Oh, komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nach zwei Minuten, ey, was ist denn da los? Glück gehabt. Alleine auf dem Weg zum Tor. Skripski hier. Ah, verspringt der Ball so ein bisschen. Glück für uns auf jeden Fall. Man sieht sich gut aus. Nein. Im Namen schrieb, fährt das Maskottchen mit, wenn es um Auswärtsspiele geht? Äh, ich hab keine Ahnung, aber in Hamburg ist er auf jeden Fall immer dabei. Der ist ja auch so ein bester Freund in Hamburg. Ja, sie. Hermann und Sdomando. Die enden beide mit Mann. Mann, Mann, Mann. Ecke für Kiel. Ich dachte wohl, da wäre keiner mehr dran gewesen, aber war wohl doch. Obacht. Kommt rein. Nach hinten. Flanke kommt rein. Ungeklärt. Masai Okugawa jetzt mit dem Konter. Komm, er zieht sich durch. Ich weiß nicht, was ich da gerade geredet habe. Hehehe. Geht das eigentlich mit der Tonqualität und sowas alles? Weil ich habe gerade gemerkt, ich habe das Mikrofon gar nicht umgestellt. Das haben wir normalerweise immer unter dem Schreifel stehen. Aber jetzt steht es gerade auch auf gewohnte Positionen. Also gerne mal reinschreiben, ob die Qualität ein bisschen leidet. Eventuell müsste ich das vielleicht noch unterstellen. Und das Fußballspiel ein bisschen lauter. Oh, genau. Das haben wir jetzt ziemlich leise. Vielleicht ist das in Ordnung so für euch. Vielleicht auch nicht. Alles gut mit dem Ton. Wunderbar. Das hört sich ja gut an. Gerne ein paar mehr Meinungen. Vielleicht ist ja auch irgendeiner eine andere Meinung. Ich finde das Fußballspiel nicht so heiß. Ich weiß nicht. Oh, komm. Fankereien. Da hinten auf bloß. Ecke haben ich nicht. Ne, oder? Ne, keine Ecke. Ich mache es mal gerade ein bisschen lauter hier für uns. Ich hoffe. Oder es ist ja gleich... Oder nicht nur lauter für euch. Ich glaube es ist ein lauter. Ich glaube es ist ein lauter. Fussballspiel könnte ein bisschen lauter. Okay, dann passt das ja. Ah, der Hammer sieht nicht ganz gut aus. Fräse mit dem Pocoila. Ah, du Klairs. Der Hammer sieht nicht ganz gut aus. Ja, wie du sagst, der sieht nicht ganz gut aus. Weil man auch ein bisschen Kritik am Ratschernfeld irgendwie haben muss. Ja. Ja, kannst ja nur auf ihn stehen, wenn er für dich perfekt aussieht. Ne, das stimmt, Mensch. Ich bin nicht so ein oberflächlicher... Oberflächlicher... Wie, was, was? Ah, keine Idee. Lieber... Per... Au... Was? Ultras... Hä? Keine Ahnung, was auf dem Spruchplan noch steht. Ist das Ecke oder wie? Ich hab den gar nicht aufgefasst. Oh, Ecke Firminia. Ja. Bastian Rotschipka steht bereit. Ich bin mal jetzt da... Äh... Was ist mit deren eigenen Facebook-Seite? Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Sicher. Die dritte halbwegs gute Chance jetzt für Arminia. Eine dicke Möglichkeit für Kiel. Oh, nach sieben Minuten kann man damit, glaube ich, schon mal gut leben. Gibt unspannendere Spiele. Ja. Erstes Auswärtsspiel unter Kojinak. Beim hat das Verwerb sehr geholfen zuletzt. Was? Ja. Ja. Ja, scheiß Bayern. Interessieren mich so... 0,0. Es wäre schön, wenn Dortmund dafür gewonnen hätte. Aber gut. Dann wird Bayern halt zum elften Mal den Folgemeister. Die sollen sich uns beides Arschloch freuen. Oliver Kahn ist unsympathisch des Todes. Das Interview hab ich gesehen. Also der macht sich ja nur noch zum Abrunden. Dann ist es halt so. Dann kriegen wir hier in Deutschland keinen Deutschmeister die nächsten 30 Jahre. Ist mir auch scheißegal. Hauptsache unsere Arminia gekämpft. Zweite Liga ist eh viel geiler. Die sollen ihre Dinger da machen. Wenn Dortmund oder irgendwer anders. Leverbusen, was auch immer. Irgendwann man Meister wird. Alles auch für die Ratten. Wäre das natürlich schön. Aber es wird sich ja eh nichts ändern. Die spielen dann in ihrer eigenen Liga. Und dann ist es gut. War auch gestern ein bisschen lustig. Wenn Sie den Krieg mit uns so kommen, als ob Sie zu Tvernils und auch mal streiten. Ja. Ganz so dämlich. Da hat er was vom Stapel gelassen. Er ist da. Ja, war als ob sie zwei Teenager-Minus und Oma zu schreiten sollen. Ne, eigentlich war Karn nur das kleine Kindchen. Alle haben ganz normales Raden gestellt zu dem Thema. Und Karn hat sie dann die ganze Zeit versucht irgendwie rauszureden. Und ist komplett vom Thema abgelenkt. Jetzt erstmal Arminia mit dem Angriff. Schön, komm. Ah. Kommt hoch. Weiter. Kommt hoch. Über Außen jetzt. Ah. Das meine ich ja. Wenn eine Recht hat und die andere Unrecht. Und die Unrecht ist, denkt sie hat Recht. Und die Unrecht ist, versucht ihr zu erklären, dass sie Unrecht hat. Ja, das ist wie bei uns. Ich hab ja auch immer Recht und du hast immer Unrecht. Also mit deinem Herzblut. Du hast am Hirn, in deinem Herzblut hast du Recht. Ja sicher, natürlich. Okay. Gut. Das ist aber logisch. Ja. Ich wollte nur kurz raus. Du. Keiner hält dich ab. Ich hab meine Ziggy gar nicht genommen. Ich auch nicht. Ach Mensch. Dann bringst du meinen bestimmt mit, ne? Äh. Ja. Irgendwie schon. Okay. So, Arminia ist über Außen mit der Flanke rein. Und wieder aus. Ah, hinten steht noch einer. Aber über Außen wahrscheinlich gute Besserung. Ja. Junge Ecke. Dritte Ecke für Arminia. Gute Besserung, Henrik. 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 Maxin Wanner von uns. Ja. Viele Fett, viele Fett, viele Fett. Oh. Jetzt bleib ich doch nicht mehr Platz hier. Warte. Ja. Nachschweigt. Ich bin leider FCB-Fan. Aber ich gebe auch das Vorjahr. mit der Dominanz. Ja. Komm. Ja, Mann. Ja. 1-0. Oh, falsch. Sie. 1-0. Hoffentlich wird es jetzt nicht wieder überprüft. Ach, wahrscheinlich. Schon wieder zu früh umgestellt. Fredrik Ecke, Junge. Nächster Besser schreibt, ich muss eine halbe Stunde oder so weg. Ciao. Ach, der hat schon wieder nicht umgestellt hier. Ja. Mit Jettler eben nicht dabei sein können. Ja. Das ist nur ein Karten, nur. Ist doch quasi besser. So. Bevor das dann wieder überprüft wird. Sehr geil. Also er findet es auch gut. Ja. Jetzt sieht es auch gut aus hier. Ja. Warum hatten wir immer mal Jungen bestellt? Äh. Mensch. Vielleicht jetzt mal. Immer noch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich verstehe das nicht. Hä? Warum stellt denn der nicht um hier? Hä? 0-0. Äh. 0-1. Hallo. Hi. Ey, was ist denn da los? Hä? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Soll ich meine Dings vergessen? Hä? Warum geht das nicht? Hä? Oh, ey. Was ist denn das? Was ist denn das? Das steht hier gar nichts mehr, Alter. So, endlich. Oh. Jetzt nur wieder das Spiel anmachen. So. Einzelne Palaboren. So. Äh. Ich muss eine halbe Stunde oder so weg. Ciao. Jo. Jo. Mach das gerne. Ja komm 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 komm. Nein. Oh. Boah. Was das bei mal. Oh. Das wäre jetzt eigentlich so ein Moment gewesen. In dem man eigentlich schon hat kommen zu. Alter. Das wäre es gewesen. Klos gleich mit dem zweiten hinterher. Wunderbar. Ja. Verlierts von Himmel. Und Feuer im Widerfelderruck. Ja. 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 Der passiert schon mal. Ja. 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 Ich habe das habe. Und jetzt habe ich zu gucken. Geil. Das habe ich doch vermisst. embracing. Wie der Kurt rausgeführt. Der rein. da sieht man leider nichts oder ein wurf leidendram sieht sehr geil aus ja kommt weiter Oh! Ah, raus. Sie haben jetzt schon Probleme sich dort zu befreien. Am Anfang noch ein bisschen aggressiver... Ach, Prostock spielt doch auch gerade. Wie sieht's denn da aus? Darf ich hier essen? Ja. Wolltest du dich abnehmen? Hm? Ja, ich hätte ja einen Bock drauf gehabt. So, was du jetzt abnehmen? Ich kann die gerne nicht mehr... Das war der Cheatabend, wo du weg warst mit Steffi. Bist du so trocken? Hä? Bist du trocken? Mein Geschenk. Was? Ja, hab ich das? Ja, was? Ich kann ihn gerne essen, weil du bist ja auf Diät und isst ja gerade nicht. Ah, ja. Der flinkt immer nicht mehr auf Diät. Doch, meins! Du bist doch auf Diät. Nein. Ich hab kein Ziel erreicht. Ich mach normale Ernährung. Mal einen gesunden Tag. Laufen gehen. Laufen gehen. Ja, laufen gehen wollte es weiter gehen. Nicht zu rechtlich, nicht zu viel. Zu weit. Hack. Bist du ja noch vom Aufregel? Äh. 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 Kannst machen. Mit der Minia-Max? Das ist ... Ja. Wo hast du denn geblieben? Bei, die war dieser Verschweifte weg. Wie schreibt Geilmann, Schwartz hat ... Was ist das jetzt laus hier ins? Bielefeld, Bielefeld und hört man die Kinder zu beruhigen? Äh. Im Moment eigentlich nur Minia. Wie verzweift hast du denn geguckt? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich hab nur deine Kelaschen von die Göt. das kann sie doch am besten ja 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 Ohoh-oh-oh. Das war ja schon wie alles. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ja, das war ja schon wie für Hauptsache. Ach, ich spiele auf Ostern. Hahahaha, das war mal ja nicht. Ja, das war ja schon. Ja, das war ja schon. Sweetie, sweetie, ja. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Jetzt machen wir mal. So, lass es auf dich mir kommen. Entschuldigung, ich muss die Sprache nicht mehr sagen, ich muss mal fragen, um zu wissen, was passiert. Mach du doch mal. Wieder Whisky hätten alle. Freistoß Kiel ist, glaube ich, ja. So, ich halte mich mit dem Freistoß. Oh, knappe Geschichte, fast das 1-1, aber alles gut ist. Hier bewegt sich mal die Vorwege. Noch mal. So, so bewegt rein. So, wie lange ist das, was ich mache? Wie lange ist das? Das ist ein geschüchtert. Alle, 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 alle. Sollten wir auch. Abhin, 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 abhin. Sollte ich mich noch nicht zerbrechen. Also. Wo wir gerne, dass wir hier nicht gut zu lassen. Wir hatten zwei sehr gute Gelegenheiten durch Fabian Klos, die ja beide hätten machen können und wohl auch gemacht hätte, würde der Keeper Himmelmann dahinten nicht so gut halten heute. In den letzten Wochen schon herausragend, gerade gegen den HSV, richtig gut. Auf der zweiten, wir hatten zuletzt selten Spiele, die ein Torhüter gewonnen hat. Gegen den HSV hat er auf jeden Fall den Punkt gesichert, mit elf Paraden. Richtig stark, auch heute wieder, bei Megaparaden gegen Klos. Heißt, Kielbauer sind. Standard. Weg, weg, weg. Lunter vor Rede. Ganz abgeklärt, die haben es echt noch rausgeholt. Sehr, sehr gut. Ja, wie ist denn? So gut, wie ist denn? So gut, wie ist denn so bleiben würde, weil wir den Schwung machen würden, er könnte umgedreht eben auch den Schwung machen, auf die Acht zurück. Aber aktuell ist es wirklich enorm wichtig, wenn es denn so bleiben würde, für die Arminia, Regensburg und der Hauptnamen verloren. Wir haben vielleicht kein Prämie gespielt, also der Schwung wäre machbar. Also der Schwung wäre, als wäre es richtig, als wäre es natürlich auch der Schwung. Da hat das Bild ja weitergeschickt, die sagten mir nach Fotos und mir auch mit ihm zum Tierarzt kommen, beziehungsweise wir sollten mit ihm zum Tierarzt, weil wir so Katzen-Aids und so weiter, obwohl mir zwei Tierärzte gesagt haben, was von Katzen schon. Und die hat da ein Medikament gegeben und hat so aus dem Kaufen. Das Katzen-Aids hat sie nicht geholt. Wann probierst du einfach mit dem Medikament? Mit den Augen. Mit den Augen? Nein. Wegen den Augen, das war schon lange so. Mama hat mich angemickert, dass die Hochfreundinnen gesagt haben, dass es Katzen-Aids sein könnte, wegen den Augen. Und es hat sie aber so rübergefragt, als ob es wie in der Pfote ist. Hä? Ich hab sie ja nur wie in der Pfote gebracht. Ja. Sie hat es so rübergebracht, als wäre es wegen der Pfote, genau. Und was hat denn das jetzt mit der Pfote zu tun? Ja. Sie hat gesagt, es geht um die Pfote. Ja. Ja, aber sie meinte, ich bin in den Augen. Ich kann ja auch Katzen-Aids haben. Jetzt hab ich ihr beschrieben, die beiden Tierärzte haben gesagt, es ist Katzen-Schlupfen. Und wo ich die Medikamente bekommen habe, ist Heil für die Augen. Ja. Ja, deswegen hat sie ihre Freundin nur gebracht. Oh. Und die haben nichts dazu gesagt, den Medikament. Hm. Ja. 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 Martin, wenn du schreib vorzau, 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 DST mit dem schwarzen Mund zum Weißen, das finde ich gut gelaufen jetzt. Ich hoffe mal, die Altenbach ist ein Schloss. 1 zu 2 wäre ich auch nicht, ganz traurig, weil ich hätte nicht gepunktet. Ich auch. Weil ich habe ja, nee, vom gestern. Nee, vom gestern insgesamt, bis jetzt. Ja, das wird nur pro Tag so. FCK Fernblock schreibt, hey, wie geht es euch? Ja, und geht es gut, gut? Nee, gar zu Mittelmeerchen, ne? Wieso gar zu Mittelmeerchen? Weil ich nicht die Antwort auf meine Frage bekommen habe, die ich gestellt habe. Ja, gut, aber das kennst du ja von mir schon. Ja, das ist ja noch jünger, es geht ja, wenn du die Katze. Ja. 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 So, so. Und, wie geht es dir? Verrücktes Spiel gestern, alter Penner. War es im Stadion? Hast du auch selten erlebt? Ja. Ja. Ja, 2-2. Achso. Was ist das? 92. Der Elfmeter für Heisenheim. Werden wir 3-0 schießen können. Haben sie nicht. Ja. Innerhalb von 3 Minuten 2-5. Ich glaube auch. Blöd für Heideheim. Sehr blöd für Heideheim. Weil jetzt noch ein bisschen Platz hier für Wielefeld. Na. Ach, wird jetzt den Ball. Haben gut. Kielmund schreibt, Kiel soll sich schämen für sein Schwachspiel. Und das Zuhause. Vorbild Pauli, die gewinnen jedes Spiel. Ja, gut. Ach. Kiel spielt ja keine schlechte Saison. Geht's halt mal so an solch und solch Spiel. Ich geh mal eine rauchen gerade. Ist eh nicht so ganz interessant. Nachspiel. Im Moment. K-Film noch schreibt, Wie geht es super? Leider nicht im Stang umgelegt. Ah. Miese Brise. Es ist bitter, wenn man bei den richtig geilen Spielen da ist. Vorher weiß man nicht, ob es richtig geil spielt oder nicht. Hat das Tempo? Ne. Ist so ja schon vorher nicht. So sieht's auch aus für ein Feuerzeug. Schatzgrün. Bitteschön. Kommutierst du von außen ein bisschen was Spiel? Ja, wie denn? Ich seh doch nicht. Oh. Da müssen sie wieder hin. Kannst du mein Zett vorlegen. Die haben das voll von uns geklaut. Steht auch gerne. Wenn die Kieler seid. Sehen die gerade weil ich stehe gerade da auch. Nur jeder. Gut. War länger? Jeder hat vom anderen geklaut. Sollte man mal ein Patent auch anmelden. Noch nicht mal diese. Versucht mal. Seh ja fort. Oh, die Warte kommt gerade richtig geil rein. Oh, Amina war dabei. Okugawa. Okugawa. Moment mal. Und jetzt. Tor. Ja. Und ich bin mit Siegerettiger drin. 2 0. Äh. Ich bin mit Siegerettiger drin. Ich bin mit Siegerettiger drin. Ich kann nicht. 2 0. Amina Wienfels. Jawoll. Ich guck mal ob ich das umstellen kann. 2 0. Ich hab ja eigentlich genug zugeguckt dabei. das hier nicht, das hier nicht, und, ne, das hier auch nicht. Das ist auch so logisch, ne, ich gehe mal gerade an den Raum, da steht es eh gerade uninteressant, ja. Mr. Wisser schreibt, ja, mit ganz vielen A's. Oder das hier. Eh, das auch nicht. Wo ist denn dieses komische Programmier? Das ist nicht. Das ist nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Wo finde ich das denn? Ach, hier oben, alles gut, hab's gefunden. Hier? Sehr gut. Das ist super, mir hat's direkt umgestellt. Ja, ja. Oder wenn das so liegt. Das machst du. So. Weil das war ja eben auch. Nee, du musst ins Internet. Hier? Ach ja. Stimmt. Ja, alles gut. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Mensch, hast du's super hinbekommen. Ganz, ganz großes Kino. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, 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 gut. Sehr, sehr gut. Ja, ist okay. Jetzt habe ich noch mal eine Belohnung verdient. Ja, warum? Du bist auch eine Kirche, warum auch ein? Wieso steht da nur 0 zu 1? Den soll wahrscheinlich gleich, der hat heute irgendwie Verzögerung des Tores. Sander, jetzt ist mein Raum da. Jetzt ist es beim Tor. Nichts wäre eine Lese, ja, aber das stimmt. Auch da wieder gut ist, verteidigt. Aber heute, wenn noch ein Tor fällt, am besten drei Minuten warten, bis ich irgendwas reinschreibe davon. Mach hier auch gleich mal. Nö. Jetzt stellen wir den. Schieß ein Tor für uns. Super. Sehr geil, Magdeburg. 1-0. Yes. Läuft alles für uns. Sehr, sehr geil. Siehst du, bei mir hat er direkt umgestellt. Hey, ich bin schneller wieder. Oh, nein. Nein. Ach, fuck, Alter. Also, typisch Arminian, ne? Das war Absatz, ich sag's dir. Hätte alles so super werden können. Ja, wenn die jetzt das halten müssen, dann kriege ich vier Punkte. Und wir drei. Aber nein, aber nein, aber nein. Ach, Mann, ey. So ein Scheiß, aber auch, ey. Jetzt ist die Kiste wieder heiß, ey. Ach, Mann. So dämlich, ne? Und wunderbar ausgespielt, Skripski mit dem Tor. Sein zwölftes in dieser Saison. Dich hat er ja fehlt. Und hab gesagt, wir haben keinen echten Stürmer momentan. Deswegen läuft es nicht so viel. Kiel, aber Amos ist da. Gretzsch da rein, kämpft. So wollen wir sehen. Das prüfte Saisontor, Skripski, Alter. Da geht er richtig auf. Einwurf Kiel. Oh, nein. Alter, Leute, bitte. Oh. Dicke Chance. Hier gerade das Beifel ist gut. Ecke. Bei allem, was wir gelobt haben bei der Aminia. Großer Kojinat. Zum Glück gespielt haben wir halt auch noch nichts. Unter ihm. Oh, weg. Dann da, Reihe, zwei. Nein. Das sieht ja in deiner Umbruch an, Fatus, Mühlen, Rehse, Wahlwerbikum verlassen, aber Rapp sagt, nur die letzten beiden sind wirklich Stammspieler. Ja, Unruhe, weil Vereinsikonen, aber Rapp sagt, man muss sich um ihr keine Sorgen machen, für Nachgub ist gesorgt, für Jay ist da, aber so wie zum Beispiel in der Mitte gesagt, das beschränkt sich die Mannschaft schon, auch bei weiteren Verträge auslaufen. Also, Scand. Ich hoffe, das geht alles gut. Ich hoffe nur, dass wir die Fahrten jetzt nicht komplett verlieren und Kiel da alles abbrennt. Hey, wieder typisch, schnell 2-0. 2-0, Arminio. Ja, gewohntes Spielchen wieder. Jetzt Kiel voll im Drücker, ja. Leute, als Arminio-Fan kann man sich einfach nie zu hundertprozentig sicher sein, was Spiel gewonnen wird. Freire mit dem Querschläger ins Haus. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und jetzt wieder weg? Du bist wieder weg? Ja. Du musst wieder kacken? Ja. Ja, sehr gut. Ich bin allein Unterhalter, allein Unterhalter. Da geht die Post ab. Wollen wir hoffen, dass die Post für Arminio am Ende gut aussieht. Jetzt haben wir ihn ja mal wieder mit dem Angriff über Außen. Ja, aber das Spiel wird langsam gemacht. Ah, das sieht gut aus. Ja, abseits. Ja, abseits. Abseits, abseits, abseits. Abseits, abseits. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier über der Mitte, jetzt über Außen, im Strafraum drin. Oh, Alter. Boah, das war richtig knapp, eh. War nicht so geil. Allein sein ist so geil. Oh ja, ich genieße das auch gerade. Kann ich mich auch mal ein bisschen breiter machen hier. Ah, aber... Ah, ja, ja... Ah, ich bin... Ja, ich bin... Schöne, Schöne, Schöne. Deutsche Sportklub, Deutsche Sportklub, Deutsche Sportklub, alle, alle. Nico Fuchs, mein guter Servus. Nicht die Nachricht gleich wieder löschen. Aber das wirst du ja eben machen. Das kennen wir nicht auch. Ja, gut. Komm, wir sind zurück zum Tor. Werde durchgekommen zu Flos. In aber nicht. Ein bisschen aus dem Nichts, war er? Nutz alle Freiheit der Welt aus, wenn die Frauen nicht da sind. So, siehst du was, das muss man mal an. Wenn die jetzt mal umkacken ist, das kann ein paar Stunden dauern. Und da sagt man, Männer setzen lange auf, Kloner. Ja, die Frauen können aber auch ganz gut. Das glaubt man. Oh, der Deckel geht runter. Mensch. War ja schon fast Rekordzeit, sag mal. Hast du die Kommentare gelesen? Ich hab die Kommentare gelesen. Ich hatte den Mund gar nicht ganz auf. Das ist gemein, was du gemacht hast. Nein. Ja, hab ich gelesen. Guck mal, Nico hat seinen Kommentar noch reingelöscht. Ja! Oh! Nicht falsch. Da, warum? Da muss er drin sein. Hast du, äh, ein Lages Kommentar auch gelesen? Ja, aber natürlich. Du warst das zu kurz, dass du uns hattest? Oh, ich hab ihn ein bisschen ganz schlecht gemacht. Das muss man sehen. Wahl! Klar, man muss die Freiheit ausnutzen, wenn die Freunde noch cutten ist. Und hol damit die Ecke raus. Na ja, meinst du? Ich hab die Wiese im Breit gemacht hier auf dem Sofa. Für... Was hab ich gesehen, hast du in die Wieselder. Hier nochmal die Gelegenheit von gerade eben... Ich hab mich kurz auf, aber die... ...was der aufgerückte Jekyll, der richtig gefährlich ist, wenn er vorhin mit dabei ist. Himmelmann mit einer starken Partie. Ansonsten wäre es wohl noch wilder. Siehst du? Hab ich schon mal. Ich so. Ja. Aber jetzt haben wir ihn ja wieder, oder? Ah! Na ja, kurz. Gut, geht mal weiter. Ja, doch, geht. Bleiben bleiben. Das gibt's doch nicht! Oh, nee, Sekunde! Nee, gut. Was hast du denn anders gesagt? Welche anderen Sachen? Servus! Auch vorgelegen? Nee, hab ich tatsächlich nicht. Hast du denn gesagt, wer was geschrieben hat? Nein. Aber bei Niko habe ich gesagt. Aber bei Niko habe ich gesagt. Bei Niko war es eine Stunde lang war nicht angenehm. Und harte Schüsse nicht angenehm. Und harte Schüsse auch nicht. Harte Schüsse nicht angenehm. Oh! Harte Schüsse nicht angenehm. 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 Harte Schüsse. Harte Schüsse verkaufen! Harte Schüsse nicht angenehm. Einmal' Reichrestoß! Einmal' tiers Schüsse! Lente Gelegenheit. In der ersten Halbzeit. »Vielleicht machen sie ja noch mal draus.« Absolut nicht! Guck! Das... War nicht! Ganz einmal CLOKE. Nein! Kann man es denn genauso sagen. FCK-Fan Blog Blog Hat geschrieben Hast du laut und essen geguckt? Nie Aber ich habe es mitgekriegt und es war heftig Dokumentationen für alle Sänger Spüre die Elemente Werbung So lange keine Musik zu hören ist Werden wir da auch keine Probleme mit haben Naja, vielleicht hat es der jetzt auch nur gestellt Dann kriegt man immer Probleme, egal was ist Dann wäre ich nicht Was hättest du davon, wenn ich dann von Morina allein bin? Kannst du dich vielleicht auf den Suchen machen? Ich würde gleich mitkommen Okay Okay Milan schrieb Tut mir leid Ich lach mich hier kaputt wegen Kacken Das ist ja, wenn man ein ganzes Jahr hungert Und trotzdem aufs Klo laufen muss Aufs Klo kann man nicht machen Also Kacken Dann kacken und kacken und kacken Wir würden einfach den Fluten alleine lassen Ihr könnt ein bisschen das Sofa behutachten Oder den Hintergrund Oder ihr könnt einfach irgendwas machen Oder unseren Arminia Schneemann Ach, den sie kommt gar nicht Ja Ja Die Kamera perfekt hier ist suboptimal Um die ganze Bisschen Ganz klein Müssen wir uns halt jetzt mal hier drauf setzen Dann können wir die Kamera auch machen Wir können ja auch einfach mal Wir können ja auch einfach mal Einfach mal einen ganzen Einfachen Move machen Wir können ja auch einfach mal Die Kamera hier ein bisschen höher stellen Dann kann man Noch höher Ja jetzt immer die ganze Wand Das ist doch super Können die nämlich alle schön Und den winterlichen Schneemann hier Können wir ein bisschen analysieren Genau Und den Oh, so Äh, kommen wir Und die Äh Anna Äh, Tabea Anna et Tabea Anna et Tabea Aber schön Können wir auch gleich im Stehen Weitere streamen Schalalalalala Kommt Ok Halt Ich rijk es a番 Ja Ja Ich rijk es rijk Ja Ich rijk wir frage Da Jo Ja 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 Und der Ja 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 Ok Hello Ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich war kacken. Ich glaube so hatten wir es ungefähr. Ja. 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 Aber vielen Dank natürlich für dein Kompliment für diese wunderbare Wand. Und ich finde das hat auch deutlich mehr Stiel als meine alte in der alten Wohnung. Ach ja. 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 Da gehe ich aber gleich weiter. Was ist denn mit Capino? Ist der gestrichen oder hofft er auf der Bahn? Ist der überhaupt noch da? Nein, ist ja schon lange nicht mehr. Er spielt jetzt irgendwo in Spanien oder wo er da herkommt. Griechenland? Ja, oder Griechenland. Ist ja fast das Gleiche. Irgendwo habe ich beim Beitrag von ihm nur so komische Buchstaben gesehen. Irgendwo, was ich nicht kenne. Guck mal, den Hund brauche ich nicht, weil er so schöne Beispiele kann. Ja, süß. Süß, süß und sehr süß. Sky empfehlen. Nee. 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 Nee, du lass mal. Was für eine blöde Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Mario Hunter schreibt, hey, ich wollte immer sagen, dass ihr euch schon seit längerem verfolgt und euch sagen, dass ihr eure Sachen super macht. Danke für alles. Das hören wir sehr gerne. Natürlich auch vielen, vielen Dank für deinen netten Kommentar. Das hören wir in der Tat sehr gerne. Und das macht uns natürlich auch den Spaß, es hält den Spaß aufrecht, das hier weiterzumachen. Ja. Oder wie siehst du das? Siehst du das genau so? Ja. Wunderbar. Hervorragend. Vielen, vielen Dank für den Kommentar. Blasen schreibt irgendwo und nirgendwo. Das stimmt. Ja, hast du recht. Auf was war das jetzt betonen. Kapiteln. Achso, ja. Das stimmt natürlich. Chaos, Marc, wer hat die beiden Tore geschossen? Ähm, einmal Jäcke und... Hach. Hach, 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 hach. Hab ich das überhaupt gesehen in der Wiederwohnung? Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Hm. Hm. Ich versuch. Auf jeden Fall kein Steck. So, wechselbar. Hm. Noch nicht mal hier hast du Anstand. Nein, natürlich nicht. Wir sind ja auch beim Fußball gucken. Da hat man einfach keinen Anstand. Ja, so wie beim Essen. Asoziale Fußballfans. Schalalalalala. Aber ich weiß woher du das hast. Asoziale Fußballfans. Schalalalalala. Woher habe ich denn was? Schalalalalala. Von meiner Mutter. Von meiner Mutter da. Schalalalalala. Raphael schreibt groß in die Runde. Grüezi und Hallo. Hier, guck mal. Ja, natürlich. Ich verstehe nicht, was man sich dadurch erhofft. Also, bis der Kommandat für immer weg ist. Ja. 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 Das kommt aus dem Jahr raus. Ja. Das hat jedenfalls nicht. Das hat er nicht gemacht. Ja. Zwar nicht, weil wir nicht dieses technische Wissen dafür haben. Und auch nicht, dass sie fit mit das irgendwo rum ist rauszufinden. Aber irgendwer kriegt das nicht. Ruhlfisch. Ja. 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 Tja, sie hat ihn doch angestürzt mit Wasser. Prost, doch Arminia! Nächste Woche trinke ich auch mal wieder ein Bier. Freise mit den Sprechbärschläger heute, was ist denn los oder? Das müssen wir sonst noch früh losfahren. Das müssen wir sonst noch früh losfahren. Ja, aber da muss ich gar nicht... Ich hab mir so gedacht, dass wir auf jeden Fall später müssen wir nur losfahren. Ja, aber sonst hätten wir das nicht mehr. Nee, dann haben wir ganz bei den kompletten Tag da. Ja. Ja. Haben wir super, wenn wir drüber ziehen? Nee. Das brauchst du aber gar nicht. Ja. Im Namen schreibt, wo ist der Kerl, der immer sagt, bitte grüßt mich und alle meine Freude. 3,5,5,5. Weg. Weg. Wir haben den letzten Stream gebannt. Gebannt. Gebannt und verbannt aus deinem Kanal. Genau. Aus unserem Streaming-Kanal. Und Videokanal. Auf meinem Videokanal. Aus deinem Videokanal? Ich mach hier immer die Videos für dich. Stimmt, ich steck dich immer vor. Du steckst mich immer vor. Ja. So, Freistoß hier jetzt. Könnte gefährlich werden, wenn wir das ordentlich ausführen. Ja. Und... Ach, drüber. Im Namen schrieb, da wollte ich ja auch sagen, kein Bier anzu. Warum nicht? Heute nicht. Bei Trinamen? Heute nicht. Bei Trinamen. Heute nicht. Bei Trinamen. Die letzten zwei Tage waren ernährungsmäßig eher so nicht so jährle auf dem Eck. Und bevor ich wieder in alte Muska verfalle, mach ich heute einen guten Tag. Ja. Jetzt komm nicht mit dem Rest von gestern. Ja, das war gestern früher, oder? Ja, das wolltest du denn sagen. Seit Anfang des Jahres warst du noch kein Bier mehr getrunken. Im Streaming. Ja, im Streaming, ja. 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 Aber im Widerfeld. Ja. Ja. Ich wollte aber keinen dritten Tag in Folge... Zeit im Nahrnehm. Hm. Du brauchst ja kein Aller Ingen, wasm du was zu trinken. Das ist flüssig Brot. Ja, deswegen ja. Yoga ist gesund. Unnötige Aktionen, sollte jetzt echt aufpassen, doch hinten. Ja, er will Aggressivität aufstrahlen, aber das ist jetzt schon wieder unbekannte Geist. Einfach nur hinten drauflaufen. Der kann, der kann. Vamos, vamos. Völlig unnötig. Raum aus Stein und Eisen nicht. Halbe, haufe und drei BD nicht. Noch nichts in der Karte gelegt. Hat er noch Glück. We'll have another monster. Oh. Kontrolle raus sind. Was macht er draus? Oh, ja, weißt du. Hallo. Gelb. Zack. Das musste da fast ran, ansonsten hätte ich doch so eine gute Situation gehabt. Aufgelbe Karte. Kendrick, Ares. Gibt's oder darfst du Amina spielen mit Armen? Ja. 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 Abja. Abja ist vorbei. Doch wir sind uns. Das war schon was mit dem Thema. Tego. Doch wir sind uns Tego. Der war echt gut. Ich bin sehr gut. Du bist super fertig. So. Weißt du was? Amina Ojibka bringt den rein. So. Mit dem Tümmel kann immer was passieren. Ja. Ruh. Ja. Wer ist der Grund dafür Holzbein Kiel? Ach Gott. Der neue Mann. Hören wir doch aus. Piraten Kiel. Wir sind Piraten. Piraten. Piraten mit dem Schiff. Mannen steht. Wie bist du im Port? Mit dem Profis eine Einheit zu machen, wenn du schon sportlich unterwegs bist. Ich bin sicherlich nicht in Form von Fußballprofis. Da werde ich wahrscheinlich nach 10 Minuten das Training beenden müssen, weil ich rote Kotze kotzen müsste. Rote Kotze? Rote Kotze. Ja, wenn ihr bei den Einträgen machen würdest oder bei den Wacken? Denkt schon. Damit ihr die Kotze vorzahlen. Und es wäre die blaue. Schwarz als blaue Kotze. Schwarz als blaue Kotze. Wie so ein Regenboden. Schalalalalala. Bein außen. Bein nicht gut gespielt hat. Kotze ist schwarz und blau. Bitte in die Mitte. Der war nicht einfach weh. Weil dann noch mal raus, was du willst, was du willst. Ja, das stimmt. Unbedingt. Das ist ein guter Beganz. Rote Kotze. Rote Kotze. Rote Kotze. Rote Kotze. Ich muss mir erzählen, was da noch passiert. Was passiert? Was danach passiert. Da gibt es jetzt gerade einen Einwurf für ADN DSC. Arminia Bielefeld. Robin Hack läuft gerade in den 16er-Reihe. Gil Hermo Ramos schnappt sich den Ball zum Einwurf. Will ihn jetzt ausführen. Läuft an. Bringt ihn hoch rein. Per Kopf klärt der Kieler. Aber Arminia wieder im Ballbesitz. Über Otschipka müsste das sein. Bringt den Ball jetzt zur linken Seite. Da steht Konko. Und da ist was weiß ich wer. Das sieht gut aus. Aber die Kieler können klären. Aber Arminia bleibt weiterhin im Ballbesitz. Holt hier den nächsten Einwurf aus der ziemlich identischen Position raus. Vielleicht geht Gile Hermos Ramos. 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 Gile Hermos Ramos geht wieder zum Ball. Bringt ihn wahrscheinlich wieder weit in den Sichtional rein. Vielleicht steht da jetzt mal einer richtig um den zu verlängern. Das sehen wir jetzt. Ja der Ball wird verlängert. Aber erstmal keine Gefahr. Jetzt geht es hier mit Abstoß für Holzbein Kiel weiter. Robin Himmelmann schnappt sich den Ball. Will das Spiel eigentlich schnell machen. Aber seine Mitkollegen machen da nicht gerade mit. Jetzt wird das Spiel von hinten erstmal langsam aufgebaut. Wieder Robin Himmelmann nachdem er den Ball abgegeben hat. Und gibt den Ball jetzt wieder ab. Und wieder Robin Himmelmann. Nein. Da kommt der nächste Spieler an den Ball. Alles am eigenen Sechzehner jetzt. Jetzt werden sie das Spiel ein bisschen schneller machen. Aber der Ballverlust. Aber sie können das Ding nochmal ausmügeln. Weiterhin Holzbein Kiel. Und dann wurde er gefoult von Mark Radkowski. Freistoß für Holzbein Kiel. Auf der eigenen Hälfte hier geht es weiter. Vielleicht bringen sie den Ball lang rein. Vielleicht spielen sie aber auch kurz um das Spiel geordnet aufzubauen. Sie machen es kurz und geordnet. Jetzt hier gerade Tiki Taka. Vorhin Holzbein Kiel. Jetzt der lange Ball. Zwar außen. Oh. Ah. Der Arminia konnte nochmal klären. Wieder eine pyrotechnische Fackel im Block der Arminia zu sehen. Ziemlich vereinzelt heute. Kein optisches pyrotechnisches Bild heute zu erkennen. Aber vielleicht kann das ja noch werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt was im Block der Arminen noch weiteres passiert. Bei den ganzen Randale Meistern. Pyrotechnik wird ihr immer gerne von uns Medien als Randale bezeichnet. Das sind alles Pyrochaoten. Und genau so muss man das auch sagen. Es geht weiter jetzt über die rechte Seite bei Arminia Bielefeld. Mit Masaya Okugawa hier am Ball. Tanzt seinen Gegenspieler aus. Tanzt den nächsten Gegenspieler aus. Und das Ding ist drin. Ja. 3-1. Let's go. Und das dritte ist Okugawa. Okugawa. Okugawa richtig richtig stark. Er tanzt da seine Gegenspieler aus und schiebt ihn in die lange Ecke ein. Ein sehr sehr geiles Tor von Okugawa hier. Von außen macht er hier den Arjen Robben. Tanzelt, tanzelt und schiebt dann einfach ein. Das sah sehr sehr gut aus. Was wolltest du sagen? Er hat es gar nicht bekommen. Ja. Ich habe noch nicht mal mitgeleidt mit ihm. Ne. Das ist recht, bitte. Ja. Sag mal. Aber er habe ja auch mitgeleidt mit mir. Ja. Du hast auch keine mitgeleidt erlebt. Ja. Absolut nicht. Ja. Ähm. Schladen hat geschrieben, hat die Mama durch die Woche den Käse mitgebracht. Hm? Verstehe ich auch gerade nicht. Nico Fuchs schrieb, Paul Bielefeld, den mache ich als erstes. Ja. Besser. Ähm. Krausmark schreibt, glaubt ihr Arminia Bielefeld steigt ab. Und wann steigt Bielefeld wieder in die erste Bundesliga ab? Aber zur ersten Frage nein. Auf gar keinen Fall steigen wir ab. Seitdem Oberfurtina da ist, äh, geht es ihnen ein richtiger Ruf durch die Mannschaft. Ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen. Hätte ich mich jetzt vor vier Wochen gefragt, hätte ich gesagt, jo, ist ein 50-50-Lin. Aber, ne. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die absteigen. Und wann steigen wir wieder auf? Ja, auch das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Dann muss ich aufsteigen. Ja. Irgendwann. Ja, und ich hatte auch vor ein paar Wochen noch gesagt, äh, wir steigen ab, weil... das so ausgesehen hat, spielerisch und tortechnisch und puntetechnisch und alles. Aber jetzt spielen wir schon wirklich deutlich besser. auch wenn wir manchmal einfach dumm sind. Ja. Aber so wird es nicht mehr so. Genau. Genau. Felix schrei, du kommentierst so geil. Danke. Otto von Lotte schrieb Tor. Tor für Adminia. Tor für die Blauen. Unser Torschütze mit der Nummer 11. Masaya. Scheiße, fast ein Tor für Kiel. Masaya. Scheiße, fast ein Tor für Kiel. Ui. Ui. Also im Halbjahr war er. Ja. Im Land schrieb, du bringst mich zum Lachen nachts so weiter. Atmenanspruch, atmen. Nein. Atmen brauchen wir nicht. Oskar schrieb Okugawa. 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 Alle, alle. Karin Asma schreibt, hallo, ich bin da. Mein Tipp 2 zu 4. Hallo Karin, das ist ein sehr schöner Tipp. Wollen wir hoffen, dass hier noch zwei Tore fallen. Natürlich am liebsten. Zweier für Adminia aus Bielefeld. Jetzt geht weiter hier mit Torabschluss. Ich sollte wirklich mehr kommentieren. Dann fällt mir das nächste Tor ab. Abschluss jetzt hier von Martin Freisel. Robin Hack versucht hier den Gegenspieler auszutänzeln. Schafft das aber nicht. Fabian Rezi jetzt über die Außen. Gibt den Ball erstmal wieder zurück. Und ja, Holzspreng, äh... Holzspreng Kiel macht das Arminia aus der Bundesliga. Und spielen erstmal wieder hinten rum. Jetzt geht es weiter hier mit Kiel über die linke Außenseite. Aber Arminia kann klären. Ist wieder im Ballbesitz. Aber verliert den Ball. Aber es gibt den Freistoß. Für den DSC Arminia Bielefeld. Weil Lukas Klünter hier am Boden liegt. Gefault wurde. Oder wenn... Wenn man es wie der eine in Braunschweig sagt. Klünter, du alte Herr, taff. Lukas. Du alte Herr, taff. Sprechen wir hier nicht auf. Wir sind ein jugendfreundlicher Kanal. 2 zu 0 für Magdeburg. Sehr, sehr gut für uns. Magdeburg. Ja, auch meine Heimatschaft zu beleidigen. Martin Freise knallt aus ihm hier auf die Tröne. Sicher ist sicher. Das denkt sich auch Herr Freise. Martinios. So, Holstein Kiel versucht wieder das Spiel aufzubauen. Jetzt mal der schnelle Angriff. Aber Frederik Jekyll nein. Magraskowski ist mit seinem kürzen Beinchen zur Stelle. Was kackt nicht auf die Schockser-Biss-Namen-Springen. Schockt nicht auf die Schockser-Biss-Namen-Springen. Schockt nicht auf die Schockser-Biss-Namen-Springen. Ich bin hier von der Schockser-Biss-Namen-Springen. Weiß ich nicht. Ich bin hier von der Schockser-Biss-Namen-Springen. Ich bin hier von der Schockser-Biss-Namen-Springen. Keine Ahnung. Fragt mich das nicht. Konferenz-Springen. Spezial-DF-Femoral und Premier League. Stimmt, dann auch. Ja, eine ist 22, dann ist 34. Ja. Gieß die auf den Sack, Alter. Du gehst mir auch um den Sack, Alter. Du hast gar keinen Sack, Alter. Doch. Nee, wo? Nee, jetzt kann er noch. Das guck ich mal später ganz genau nach. Ob du einen Sack hast. Mhm. Ganz genau. Du sagst, wir sind nun freundlicher, keine Ahnung. Jetzt wirst du nachgucken, ob ich einen Sack habe. Ja. Ein Einkaufssack? Einkaufssack. Einkaufssack. Ja. Ein Sack für den Einkauf. Denkst du, Alter, ich geh hier in die Intimzone? Das sind so ein Taschen, Alter. Du gehst mir den Sack einkaufen. Ja, natürlich geh ich mir den Sack einkaufen. Einen Kartoffelsack. Einmal kalt erwischt. Du bist Peter verloren. Ein Sack, wo wir alle da haben. Ich war hier froh, hab ich gleich zu Beginn. Das freuten Abschnitts. Jups. Weiter geht's jetzt hier mit dieser Video, hey, im Angriff. Es gibt den Einwurf. Oh, hast du gerade die Arschritze von ihm gesehen? Von dem Schatten. Von dem Trainer von der. Ja, ich mein der M. Schwarz. Von dem Schatten. Ja, Schwarz kann auch mit Schatten sein. Nee, hab ich nicht. Schade. Ich fand sie ziemlich ansprechend. Okay, dann. Vorbei. So, den war ich mir erstmal klar. Ja, okay. Ja. Badian Klaus. Ah, der hat sich ja mit seinem bulligen Körper vorbein. Ok. Wieder auf der Suche. Oko, oku, 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 oku. Ja. Ist so. Ist so, ist so, ist so. Mal grade kicken, wie es in der 3. Liga steht. Ich bin geschickt, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Angst vor dem Ausgleich. Ja, die beiden spielen. Ja, okay. Ja, okay. Danke, Charly. Danke, Charly. Danke, Charly. Oh, das ist der Wartag. Hoi, hoi, hoi. Frag mich einfach nicht, was ich hier mache. Ja, okay. Deutsche Sportlup, alle, Deutsche Sportlup, alle, Deutsche Sportlup, alle. Deutsche Sportlup, alle, Deutsche Sportlup, alle, Deutsche Sportlup, alle. Deutsche Sportlup, alle, Deutsche Sportlup, alle. Deutsche Sportglobali Nico Fuchs fragt gerade Felix mit S und einem kleinen D und einem großen D Wie geht's dir so und mir geht es gut soweit Madeleine DSC fragt oder schreibt Ed Krausmark, steigt nicht ab wir halten die Klasse 3 Bizeps Karin Axtmann schreibt ich lach nach Smiley muss jetzt schluss machen mein Engelkind Dann viel Spaß mit deinem Engelkind Der Ball raus auf 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 En auf � Er Echt? Käme wieder Schulkinder gesehen 樂 Swiss Die Bengels hab ich gesehen Wollen werde irgendetwas ganz langer Nachlage Irgendwas für Nusches. Ich schlau das an. Tut mir leid. Ich schlau das jetzt. Nee, bin ich nicht mehr. Die Besorgnung ist das des letzten Jahres. Die 9 Tabellen waren zu überbieten. Vorher im Spieltag waren die auf 8. Also soweit alles okay. Aber, wollen wir auch sagen, es wäre das 5. 7. Spiel. Die sind nicht mehr. Denloch, der... den ist gerade nicht mehr. Wo muss der noch rausgehen? Ich wäre nicht mehr hingegangen. Ja, das kannst du laut sagen, das ist jetzt nicht so ganz schön, so wird er das nicht mitbekommen, sonst wäre er hier ausgerostet und hätte hier alle Möbel kaputt gemacht. Ich hoffe, dass es zurückgenommen wird. Ja, super, von Skipsky, bringt er den drüber, ja, Tote, aber gut verteidigt vom Gründer. Oskar Stubinski schreibt auch blöd und Madeleine schreibt auch blöd. Willst du, Mama? Warum musstest du aber auch rausgehen? Ich dachte, ich müsste kracken, aber es waren nur drei Pupfe, die rausmachen. Jetzt bist du daran schuld. Woran? Ja, woran? Hä? Hä, wann ist das denn gefallen? Wo du raus gegangen bist, warum musstest du überhaupt rausgehen? Ach du Scheiße. Und du hast doch umgestellt, okay. Ja, hab ich. Was denkst du denn? Ach Scheiße, ey, das gibt's ja nicht. Was ist denn da die Quote? War da wieder so dämlich, das kommt? Ähm, hab ich nicht so aufgepasst. Das ist eine Stärke, der Kieler. 14 Tore nach Van Aerts, Nummer 1 der Liga. Oh, nee. Da ist die Chance, da ist die Chance, Vries. Oh, alter. Komm jetzt runterfahren. Mach das groß. Ja, schön, komm. Und weiter. Was noch? Ja, schön. Ja, gut. Nee, Vico? Schon unser Mascotte Junior, ne? Ja. Ja. Ja, das ist der G1. Ja. 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 Ja, was? Was denn? Ja, was ist los? Ja. Ja. Ja, ich habe mir den Wein, willst du? Ja. 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 Ja, komm rein Quo. Ja. Nächste Szene. Brietz! Willst du dich gehen? Gute Chance. Oskar schrieb, könnten wir mal ein bisschen mehr. Orko nicht gefällt. Obwohl es läuft gut. Ja, das stimmt. Aber es sind halt so die typischen Arminia-Sachen. Das stimmt. Ja, Koko? Ja? Stimmt das? Stimmt das? Guck mal, guck mal ein bisschen. Ja, das ist halt so, das hätte ich doch gerne. Ja, was? Ja? Ja. Machen wir den Kula? Wolltest du nicht ein Problem mit dir? Ist er traurig, oder? Ich hoffe, wir wechseln sich dort an den Bahnen. Warum? Kula, warum? Warum bist du traurig? Und Yanni Serra. Wahrscheinlich bereits bei der Arminia. Was ist denn das? Was ist denn das? Bist du traurig? Warum bist du traurig, Kula? Was machst du denn? Warum bist du traurig, Kula? Ich bin weg. Ich bin weg. Das ist total. Schwanz, schwanz, schwanz. Oskar schrieb, das zubelt sich auch noch zurecht. Und er schrieb, insgesamt geht es unter Kusinat nach vorne, auch wenn ich da nicht von begeistert war zu gehen. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt über die Bühne bringt. Das ist doch nicht wieder so ein dämliches Scheiß da machen. Oh, Serra wenig extra ein. Ja. Du musst aber eben was brauchen. Ich hab schon wieder. Jetzt wollte ich mich nicht mehr wegvergehen. Ja, besser auch noch. Das ist doch 10 Kilo Schwerk, Kula. Hört sich nämlich immer so an. Krieg schreibt. Also ich hab ein bisschen Angst wieder. Ich kenn auch ihn. Ja. Das stimmt. Ganz optimistisch bin ich jetzt auch nicht mehr. Oder was? Doch rausgehen. Oskar schrieb das natürliche Aminiergefühl. Angst. Ja. Felix schrieb bitte einfach 20 Minuten noch. Ja. Jetzt noch 16. Und nachgeführt. Und mal wie kommen. Jo. Ja. So sieht's aus. 100%ig. Genau. Genau. Wo ist der? Ja. No. No. Also ich glaube die Lappen kann so das mal noch. Ja. 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 Hi. Komm. Draußen. Mach was. Ach. Ach. Nee. Ja, das hat man ja gleich gesehen, dass wir nicht wirst. Mach was, aber nicht das. Ja, schlupperst du an Helmut. Welcher Lieblingsplatz gewesen, hm? Ja. Es geht da ja etwas. Rado Kula. Oskar schrieb. Ja, ist gut. Anfang echt gut. Oh, Mann. Äh, schlupperwert auch. Mal gucken, was sie daran an. Ja, haben wir offen. Stoppeltempo rausnehmen. Da haben wir sofort wieder Tempo aufnehmen. Ach der, die haben ja auch ungestolziert. Sehr gut war jetzt. Ihr kennt doch den Raum. Ihr seid ja vorher nicht so oft drin, aber ihr kennt das. Nummer 3, tatsächlich. Das stimmt hier. Zehnhundert. Das ist sowas verändert. Das hat mich nicht verändert. Nein. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Was? Es geht. Es geht. Es geht da rein. Nein, komm schon wieder raus. Komm wieder raus. Komm wieder raus. Komm. Ich weiß, es ist... Es passt gut davon, deine Lieblingsdaten. Genau, deine Lieblingsdaten. Ich muss von dir nicht erst platzieren, oder? Trotzdem sollst du da nicht rein. Schlussphase, hier versucht es. Dreierkette umgestellt. Vorne viel offensiver jetzt. Kula, nein! Nein! Leise, jetzt doch. Oh. Wenn du mit dem Rücken hält. Boah. Es sah gar nicht so wild aus. Es war aber lieblich. Es scheint auch weiter zu gehen. Komm in mir, macht es nur mal spannend. Es sah so gut aus über weite Becken. Das ist bei mir egal, ob es gut aussieht. Es gibt nur mehr Spannung drin, als eine Lieblingsdaten. Ja. Es ist auch gut. Es ist auch gut. Aufmerksamkeit von ihm, mit der Beifkasse. Selbe Karte Lorenz. Jo. Es muss den stoppen dort. Aber wie andere haben wir da, von ihm die gute Chance ausgespielt, das so ein Dribbling... Er muss den stoppen, wo steht das nicht? Wer das muss? Hm. und jetzt Otschipka mit der Gisela Das ist das der Minions. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo Nächste gute Chance. Ja die Sierra. Nächste, der kommt nochmal Nulls Hoppe, der runter geht. Kolass. Kolass. Kolass, nein, ich hab doch. Ja, du guckst. Aber der Ansatz ist defensiver als der von Hoppe. Das ist eher ein Mutswechsel. Das Spiel dauert jetzt noch 10 Minuten, wir können nur hoffen, Kiel ist wieder im Angriff mit dem Pupo-Ela-Man, mit dem Einwurf. Ja, vielleicht fällt Aminia noch ein Konter und das Ding ist sicher. Vielleicht müssen wir jetzt vor 10 Minuten bibbern und zittern. Das ist noch Spannung. Aber dann werden wir jetzt noch bewandern. Aus, 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 da war das Maus. So sieht aus. Das hat sich geräumt. Die letzten 10 Minuten. Ja, das ist unten, man muss gucken. Du machst du doch, jetzt sind alle entfernt. Dann brauchst du keine gute Arbeit gemacht. Ich krieg's aber noch mal auf. Das wäre brutal. Oskarski insgesamt echt einfach gute Spiele, kann man sich gut angucken. Ja, doch. Also, wenn man das mal mit Aminia von vor einem Monat vergleicht, war natürlich schon eine Steigerung um ordentlich 4%. Ja. Kannst du über das Spiel der U17 sprechen? Ob er mit Adaga? Was sie zum Ergebnis sagen? Oder was er aus Sky geguckt hat? Hat jemand das U17-Spiel aus Sky geguckt? War jemand im Stadion? Wie fandet ihr das Spiel? Wie fandet ihr das Spiel? Wie fandet ihr das Spiel? Ich hatte da ab der 65. glaube ich reingeguckt und muss sagen, das sah echt gar nicht mal so schlecht aus, was die da gemacht haben. Wenn man auf jeden Fall gesehen darf, die sich da überall reinschmeißen darf. Tschüss. Dann besser gefühlt als Aminia von bis vor einem Monat, ne? Ja. Ja. Und wie liest du das Ganze? Ja, ich bin da bald. Mit Übersicht. Ja. Äh, Anime Talk schrieb, ich hoffe, Kiel dreht. Ja, ich nicht. Wir nicht. Ja, Oskar schrieb, nicht bloß, wie er Kiel spielt, auch so fast. Ich hab U17 gesehen, aus wem wie der Fall hat mir gut gefallen, schreit aber auf jeden Fall nicht besser. Nö. Aber... Und Anime Talk schreibt den Trainer, äh, drehen wir ihn ins Mainz. So ein Rollerband. Ich weiß ja nicht, wie die erste Halbzeit aussah, weil die Spider-Hälfte zumindest da, wo ich eingeschaltet hab, da hatten die auf jeden Fall gut Chancen. Ja, es sah besser aus als manche Kommentare auf Facebook. Ja. Ja. Was verschiebt hier, soll sich mal eintreten werden, die mal ein bisschen ruhig waren? Okay. Also, krass haben die Jahre noch die Ecke. Ja, das stimmt natürlich. Hey, komm. Zerra. Zerra jetzt. Ja, geht in die Mitte. Ja, komm. Zerra. Zerra. Zerra hinten. Aha. Einfach drauf mit der Pille. Mensch. Du, du hast die beste Schussgelegenheit. Luis Y.D. schreibt auf die Ecke im Museum. Okay. Ach, acht Minuten noch. Aber man muss auf jeden Fall sagen, Kiel entfacht jetzt nicht so das Feuerwerk, dass die hier noch komplett das Spiel drehen wollen. Vielleicht so fünf Minuten vor Schluss. Was? Was? Ja. Was? Ich bin dann noch ein bisschen nach vorne. Und dann noch ein bisschen nach vorne. Wie in Finnland oder sowas. Das konnte ich gar nicht so schnell lesen, wie da wieder weg war. Okay. Und dann hat er dann noch ein paar Sekunden später so. Ja. Dann muss ich erstmal nachgucken wie er heißt. Also, ja zwei vorne und ein bisschen lang nach vorne. Okay. War Käppi halt? Ja, kann ich hier aussprechen. Hi Beko. Juliano. Vielleicht hab ich das hier noch auf. Guck doch erstmal Firewall-Fuck oder so. Der Teufel, ich fand laut. Ja, die Linie wieder im Angriff. Mit der Flanke rein. Oskar Schreif von Frucht gefällt mir auch immer besser. Ja, der macht dich gut. Wie, Beko? Es war... Holmberth Aron... Fried... Jonsson. Hat er nie gehört. Wurde erst... In der 66. eingewechselt und dann direkt das Tor. So. Der Name war ja so schnell weg, dass ich da... Na, wer hat Männchen? Nicht mehr, äh... Was? Was hast du da, Früller? Oh, nee, Früller. Verstell mir da bitte nichts. Runter. Danke. Holmberth Aron... Holmberth Aron... Da muss ich mal gucken, äh... Wo der herkommt. Oh, war schrecklich. Oh, der landet. Das ist dann der Schmerzhafte. Ich wollte seinen Körper da rumgeschossen. Ja, das ist nicht so gut. Der Isländer mit seinen 1.90. Dort auf dem Vorhüter landet. Das ist der Schmerzhafte. 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 Da kann er bald bei den 30. Ursa fallen. Ja. Puh... Oh, geht der Daumen nach oben. Der auch schon... Warum sind... Warum sind die... Warum sind die... Warum sind die... Wanne eingepackt von denen? Von der FC. Habe ich nicht gesehen. Hä? Weiß irgendwer was passiert ist im Block? Alles von der FC, aber die entfahren sind alle weg. Ja, genau. Hm, das ist komisch. Hoffentlich nicht das gleiche über Schalke. Ja. Aber dann wäre auch... Alles von der Pfing ist geklapp. Mmm. Im desde Das war die Pfingbar. Das war die Pfingbar. Alloh. Ich habe es geredet. Versteh, nicht das. Das war diese Pfingbar. Ja. Vielleicht hat da gerade einer eine Nachricht bekommen mit dem Henry. Ein Freund, der Mann hat noch ein Piss von Henry. Sie sind alle abgehend haben und in die Studie ist so gut. Kann doch alles sein, aber du weißt. Was haben die liebten Döbingen? Ich war doch wahrscheinlich verletzt. Ja, springt eine Hecke raus. Oskar schrieb, wo was passiert ist. Wo was passiert ist? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Wenn du so gesagt hast, kann mir einer sagen, was da jetzt passiert ist? Dann kann ich fahren mehr und so weiter. Ach so, ja im Bielefelder Block. Sind halt alle transparent auf die Fahnen weg. Zumindest von den Ultras. Sprenger hängt noch. Sprenger hält noch. Erfüllt den Zweck. Eke, Arminia, zwei Minuten Verschluss. Vielleicht machen wir jetzt mal den Decker drauf. Eke, Oczypka. Zu Boden gegangen. Kein Foulspiel. Oh Leute, ich jetzt auch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gut raus? Was ist das? Hm. Die Schlussphase. Schleifkiel wirklich fünf Spieler sieglos. Und die nächste Frage. Wird der Trainer morgen mitlassen? Ja. 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 Und dann geht noch ein Isländer. Ja. 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 Die Ecke, ichAPPau. Na ja, ich bin ja berührt. Ich weißно, was er gerade bekommen hat. Ja, das ist zugänglich. Aber.. Oh, nee, nee, lass mal. Ich muss wieder recherchieren. Ich glaube, es wird da nicht werden. Ich glaube, es wird da wahrscheinlich nicht werden. Ich weiß nicht, ob das passiert. Nee, das nicht. Ja. Dreh. Ramos gegen Ostmann an der Grenze. Nach der Zeit sind wir von vor Ort für die Zeit fünf Minuten. Ja, fünf Minuten, ja. Mal viele Unterbrechungen, verletzungsbedingt wieder wechseln. Sore dergleichen. Ich bin lecker. Ja. Ja. Lese. Ja, komisch, die Sammeln nicht passt. Mhm. Beinbremse. Rittenbretz. Nochmal die Reingabe. Oh, fast genug. Mhm. Ja. Wir haben ja noch eigentlich flüger Move von ihm. Nur einfach den Ball abgegeben. Und Riedel. Das geht. Dauert lange. Normaler Versuch. Eieieieieiei. Knapp so beim Unternehmen. Doch zu zort. So, jetzt war's. Hösing. 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 Wir liegen vier Minuten vor Ende hinten. Wir brauchen absoluten Abwehrboss. Der Reinghösing. Geil. Geil. Dann kann man sich an nichts wirklich festhalten. Das versucht selbst zu implementieren. Das kommt gegen ihn raus. Der war so, ja, der sagt heute. Unauffällig. Und jetzt also ein weiterer Defensiver. Ach. Ach. Boah, Gott. So, guck mal eine Frage am Krieg, wieviel Mitglieder die Loco vorhat. Und? Wurde mir ein Artikel von 2012 angezeigt. Oh. Stabil. Und wie viel haben wir da? 440. Nicht gut dabei. Nein. Nein. Das ist die Chance. Das ist die Chance. Das ist die Chance. Oh Gott, ey. Boah, ich muss ihn noch dazu nicht tun. Krass, das war leider in dem Kommentar, ja? Ne. Zum späten Ausgleich. Toller Ball in die Spitze. Das war richtig im Haar. Ja. Da müsste er Ecke geben. Trägen Sie es dann noch für den Personal Union, ihn vom Einschuss fernzuhalten. So richtig. Ja, los. Schlafen wir mit der Tür. Eieieiei. Das hätte er aber ins Auge gehen können. Komm, Oku. Mach den Deckel drauf. Oku. Ja, geht nach außen. Schön. Ja. Oku. 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 Tanzenmai. Wow. Sehr gute Ecke rauskommt. Die große Gelegenheit zum Ausgleich. Fried hat sie liegen lassen. War es das? Freie Blut noch. Vielleicht kriegen wir es gleich nochmal gezeigt. Das war eine große Chance. Das war die Gelegenheit, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben. Ja, war falsch. nö, das war schon nicht. Und los. Was für jede Zeit dangerous ist, das heißt. Das war das Versoire. Schaffen wir das noch, oder schaffen wir das nicht, das ist für die Frage. Eine Minute, komm. Das war mal der lange Ball, nach vorne, nach von Holstein Kiel. Ah, Abstoss. Ah, schlau spielen, dann war es das. 35 Sekunden noch. Ja, sie zittern, aber es werden Big Points, sich da unten zu befreien. Ja, das muss gewesen sein, komm. Ja, Freistoß am Ende, sehr gut. Plus Minute fünf. Also, ich weiß nicht, ob du Nachspielzeit meinst, oder Minute. Also fünf Minuten, die sind jetzt durch. Müsst du denn jetzt jeden Moment abfalten eigentlich? Ja, eigentlich. Kieler fällt im Ball. Kieler fällt im Ball? Einfach, einfach, einfach noch ein Tor schieben. Ah, Ball halten. Boah. Ja, komm, abfalten. Abpfiff jetzt. Hallo? So. 20 Sekunden über Zeit, fang ab. Ich fang für eine Halbzeit aus, so. Ja. Richtig. Sehr gut. Warum lässt du ihn jetzt weiterspielen? Was soll denn das? Wir sollten sie jetzt nicht mehr. Es ist halbe Minute über der Zeit. Wir sind drüber nämlich. Wahl. Das Ding muss rein. Genau. Flieg vorne. Becker und Offensivfolge 5, das dürfte es gewesen sein. Ach, Mann, 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 ja. Das war's. Das Spiel ist. Pfff. Richtige 3 Punkte. Das Spiel ist. Ja, was steht da? Schon mal. Oh, Frau, Frau. Das Spiel ist. Oh. Das erste Auswärtsspiel haben sie also auch gewonnen. Ja, sie haben gezittert, dennoch ist es verdient. Cola. Wunder. Komisch, hier steht gelöscht die Nachricht. Ach, jetzt wird das. Ich hatte Galaxie Milchstraßen-Nachricht erst mal gelöscht. Mhm. Weil er hat, wo es 2-3 stand, erst danach 3-3 geschrieben. Und deswegen habe ich es gelöscht, bevor er irgendwie doch noch mal kommt. Ja. Ozan... Gaming. Ozan Gaming TV schreibt, jawoll, wichtig und richtig. Richtig und richtig. Ah. Ja, wunderbar. Dann sind wir wieder durch mit dem Stream für heute. Endlich mal wieder 3 Punkte. Sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Guten Abend. Ich habe Hunger. Ja. Tschö. Wir essen jetzt. Alles klar. Wir bedanken uns natürlich rechtzeitig für eure Aufmerksamkeit hier im Stream. Ich komme mal ein bisschen runter, sonst seht ihr mich gar nicht. Genießt den Abend noch. Entweder alleine, mit eurer Freundin, mit eurem Freund, mit euren Freundinnen, egal wie auch immer. Mit eurem Haus, mit eurem Film, mit eurem Ehe. Genau. Mit alles Mögliche. Vielleicht auch mit eurer Hand oder so. Keine Ahnung. Dann sehen wir uns nächste Woche natürlich zum Bestand im Vlog und daraufhin wahrscheinlich wieder einen Stream werden wir nicht fahren. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das nächste Auswärtsspiel ist, aber wir werden es sehen. Warte mal. Warte mal. Ich habe noch geschrieben. So dann langsam geht es mal da unten raus. Leucht doch. So. Das auf jeden Fall. Also. Wir bedanken uns und wir sagen natürlich wie es immer so schön heißt auf diesem Kanal. da reingehauen und auf. Du hast sie nun. Vielen Dank.